alle Leute und willkommen zurück zu ... 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 ich muss man jetzt da er liegt jetzt ausreinig man schauen was wir hier so schön es ist ein Reimokob jetzt die Dinge noch mal Anja hier Reimokob ich habe es mir schon komatschie paula schien die Amt Todesgott Lili Zwilling von Lili Interessant den Charakter kenne ich nicht Nein Chirno Ich habe keinen Zerschneider Chirno schaut ihn später an Ich denke das ist Chirno Was haben wir hier schon? Ex-Rumia Benutzt ihre Stärke um ihre Heute in die Dunkelheit zu ziehen Da da mein Ikki Summe Ein Ikki Summe Boah Ja Ja Wettet Ich habe schon gesehen Ja Ich habe in dieser Fahre Moment Blöder Blöder Thema Gut Blöde Heimatstatt Ich bin der Tempel Ich muss nicht starten Garten rein Wie kann man das erfahren zu 5500 Prokett Atom Ja Kann Nennen wir sie einfach kennen Kannst du Ja Kann Fangen was will Wie es funktioniert Sie benutzen 30 Ja 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 Ich will es auch Ich will Ich habe es gehabt Hier zu schönes an Nee Ja 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 Mir Ja helt Aktivend Im Ball... ...mein Vorhaben! Und meine Stimme kackt schon wieder ab! Muss man schon dringen? Ernsthaft, ja. So. Ja, das hätte ich nur gesehen. So. Und noch nur ab drauf. Nein! Nein! Jetzt reicht mir dringen. Jetzt bin ich unbegal ab. Ich wollte eigentlich das egal. Bleib im Raum. E3. Nun muss ich Okay. Ich wapp' den Stein. STÖREN! da ich werde ich steine auf das sind sie gerne mit so gemeinert ich bin so ein gemeinert aber es hat funktioniert warum ist möglich ein demon und die mit Geld das Spaß die sich bringt sie die Willemann in der Zeit das hat wenn er mir an Ich hab mal, ihr schaut, es gibt leider keine Hatate in dieser Version. Ich bin nicht blöd, ich will meine Hatate haben. Ich hab das 1.8, die gibt es erst auf Japanisch. Ein Nun-Yokai. Sie nimmt loyal ihre Befehle an und erfüllt sie so gut wie sie kann. Sie hat die Kraft, die Judo und San zu kontrollieren, was wahrscheinlich diese komische Wolken-Dingens-Unterheer ist. Nein, sie bekommt keine Licknamen. Kennt Ichirin nicht einmal. Aber, das E-Trip sollte ich schon mitnehmen. Ein Alice, los! Schockt! Los, los, los! Ja, Alice wurde gefangen. Weil das Puppen, Megapuppen-Frau. In eine ausgespielende Martierin, die es lief mit Puppen zu spielen. Nein, kein Licknamen. Weil Megapuppen-Frau getickt aus. Ähm, ja. Sonnentag. Kann man gar nicht gut. Was haben wir hier? Ein Hyperheiler. Was greift mich? Die habe ich schon. Geh weg. Tschüss. Nächstes Mal. So. Oh, nein. Yuka. Ich habe mich nicht. Los, Safari. Oh, da steht Safari voll. Da steht Safari voll. Oh, da steht Safari. Oh, da steht Safari. Oh, da sind die super gebraucht. Ja, da wird eine Generale. Oh, lo. 100 So, ko-, starter, und die Eier noch ... ... zugehöpft ... ... bekämpft, indem sie ... ... die Plume manipuliert ... ... ziel, komplett ... ... unach ... ... unvorhersehbar ... ... vielleicht noch kein nickname. ... noch eine ... Ich brauche keine mehr ... Wer stirbt, geh weg! Geh mir aus dem Blickfeld, du Kranzer! Gibt's da hinten was? Gab's hier was? Ja! Ein... Oh, die flinkt da! Sehr schön! Die Spitze habe ich eigentlich noch. 304, das geht nicht raus. Dort hinzukommen, wo ich hin bin. Gute der Busser. Was ist immer... Was ist denn das? Eine Jumemi! Sieht süß aus, die fange ich mir! Bleib immer ab! Ohne du wirst dein wahres Wunder nehmen! So... Ich bin mir über den Fang und darf jetzt auf der Box verkangeln. Aber zuerst, dass wir den Eiernoteintrag. Ein Top-Gasse... Psycho... 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 Wissenschaftler? Keine Ahnung! Ja, das hat immer sehr... sehr... gut und liebt. Erdbeeren. Ich mag Erdbeeren. Geh weg, du Erdbeeren. Erdbeeren oder Ichiko, wie es im Japanischen heißt. 10,47... Stahlflügel! Oh, Mega-Strahl-Würfel! Ja, die Karriere nicht! Boah, was ist das für aufgedrehtes? Chibi Orange! Es gibt ein Tor, das Orange heißt! Cool! Eeeh! Die sind ziemlich aufgedreht aus! Man schau, was sie tut, wenn ich einen Stein auf den Kopf werfe! Friss den! Das will ich nicht! Das hat ein Mega-Boot-Modus! Mein... Ich werfe sie mit einem Stein an und die greife ich dann nicht zurück an, dass sie nur wieder befreundlich die Dinger sind. Da hat sie hier wieder ein Stein der Wunden. Sie versucht in den Weg... ...der Dinge zu kommen, um... Also sie versucht, allen den Weg zu kommen, nur um bemerkt zu werden. Aber ist, äh, komplett... ...harm... ...harmlos... ...wir das komplett harmlos... ...irgendwas... ...mir fällt das Wort nicht ein. ...pracelernt. Mir fällt das Wort nicht ein. Mir fällt das Wort nicht ein. ...Hari! Nein, kommt kein Spitznamen. Das ist vergammelt zum Spitz. Da du umgehörst. Ein Brot hier ihm! Ja, Mega-Drom! Noch mehr Drom für meine Turbo-Autos! Nein, Orange! Steh' mir nicht im Weg rum! Ich ignorier' dich, wenn du mir im Weg rum stehst. Geh' weiter! Dann brauchen wir hier... ...das müssen die Zähne sein, ja... ...die brauchen wir, um Stärke zu halten. Wir haben auch noch Hilfe. 732, Doppelteam. Die Attacke werde ich niemals benutzen. Da ist einfach unfair und... ...dadurch scheiße ist. Ah, endlich! Judo ist die erste, weil ich dieses geheime Haus bindet. Der so geheime ist es auch nicht. Obwohl ich eine Kampagne für unsere große Erhüfung gemacht habe... ...hatte ich Angst, dass niemand den Preis der Kampagne gewinnen würde. Und... Gratulation! Du hast gewonnen! Und wir halten die Bank frei. Und es ist Surfer. Und... Ja, ich weiß! Wir können jetzt nur das Wasser surfen! Wir lernen das unsere schöne Zuwako! So, Surfer! Zuwako! Ja! 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 Geht zu vergessen werden, die AqQ-Gnarren natürlich! Und Puff! Aber das kann nicht vergessen werden! Maschinebereit! Und... Ja! No, no! Egal Maschine! Mega CD! So! Nein! Aber die kann jetzt... Oh! Yeah! ich weiß nicht, kann ich es dafür schon benutzen? Nö, da muss ich gewiss Koga besiegen, oder Sabrina? Ich geh Koga! Moment, wir können... Wir haben noch ein paar Schritte, hab ich noch. Ich will hier noch was fangen. Moment, wir machen zwölf Fritte. Mega Geheimtaktik-Modus. Oh, ja, geht ammer! Putschle! Oder... Ja, Puschel, oder so. Bleib... Nein! Geht ammer! Los, Fritte mal! Ah, den Ort. Nein! Na, du Scheißpich! Du bist ein Stein! Der Omega Stein wirft uns mit linker Hand. Was beweist uns das? Dass er mit der Linken hatte Ball wirft und alles? Ja, genau! Geist links hinter! Das ist immer, dass die Pokémon liegt, dass die Pokémon-Trainer allerdings hinter. Ein weißes Objekt, das in der Luft herumfliegt und... ...vorhersehbar. Es ist weich und... Es fühlt sich gut an, es anzugreifen. Nein, du bekommst... Doch, aber komm! Spitznamen! P... Nein, falsche Taste! U... S... C... H... E... L... Puschel! U... S... C... H... E... L... Puschel! Nein, ich habe ich schon! Ich habe ich schon! Ich habe ich schon! Ich könnte... Ich könnte schauen, habe ich... Habe ich ne andere? Hab ich ne andere? Nein, du die normale andere. Ne... Lass mir die mal aus! Dein Toho hat angefüsst! Yeah! Was denn? Ey, was? Ein Kino greift mich an! Mit deiner Mariange! Los, blick Pokémon! Ja, Toho ab! Safari ab! Masa Chima! Nein! Ich hatte es fast! Los, noch... ...ne Ball! An Ort! Oh Gott! Mega Ort, Modus! Na, warte! Los, schüte die Macht meines Kleides! Nein! Die Macht meines Kleides ist nicht genug! Na, warte! Du bekommst es die Macht des Steins zu spüren! Chibi hier ist... Ja, mir egal! Du kommst doch ein Stein! Das... Mega Stein! Jetzt füß den noch mal! Du... 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 Sehr schön! Zapari... Chibi hier wurde gefangen... Chibi hier wurde gefangen... Und... Eine verfluchte Gottheit... Eine... Verfluchungsgottheit... Warte mal... Sie dreht sich die ganze Zeit... Und... Immer im Dingensbums... Aber... Ist... Überraschend populär und beliebt! Komisch! Ich kenn's nicht mal wirklich! Hololol! Auf! Ab! Ich treu mal! Paschlebe... Nein ich fang jetzt keinen Puschen mehr! Ich hab schon Sus주는! Ehm... Aber... Br continue... Teil du mir were Masse! zahlspiel ist aus ja und nicht nur das zahlspiel ist aus sondern auch der fahrt mit hat schauen wir ich hoffe ich bin gut genug gelevelt um das mit koga aufzunehmen wieder ja da sind wir beim nächsten mal